19. Reihe. Noch elf Tage bis Jahresende. Nachdem ihr in Rommeles euer erstes Lager aufgeschlagen habt, plagt euch nun bitterer Hunger. Der Tempel von Angrosch und Ingram hat zwar Stahl und Holz im Überfluss, Nahrung ist aber nicht vorhanden. Auch eure Reiseutensilien sind auf dem langen Weg von Perikum hierher aufgebraucht und eure Taschen und Rucksäcke schimmeln draußen vor den Toren im Bauernhaus. Hochsommer, 19. Reihe. Als ihr nach eurer Rest auf den unbequemen Stein wach werdet, könnt ihr hören und auch sehen, wie es regnet. Dicke schwarze Wolken haben sich über die Stadt geschoben, die Pforten-Efferts wurden geöffnet. Neben euch erblickt ihr den Depression-Reiter Prajodan Schnitter, dem gerade ein neues Holzbein eingepasst wird. Nachdem er gestern seinen Stumpf nicht mehr bewegen konnte, wurde kurz oberhalb der Kniescheibe sein Bein abgetrennt. Mit dem heiligen Ingram-Feuer ausgebrannt, muss er doch schon so bald wie möglich laufen können. Zoltern vom See steht bereits am Ausgang des Tempels, angelehnt an einen Balken und schmaucht seine Pfeife, bevor er zu seiner Patrouille aufbricht, zu seiner Wache. Und so beginnen wir. Könnt ihr wieder ganz gut laufen, Greifenbund? Hm. Möglicherweise. Nicht so wie... Ich darf mal einen Blick rüber zu dem Depression-Reiter. Nun, nicht so wichtig. Haben die alle gut geruht? Gerade die Herrn-Magier? Es wird ausreichen. Ja, ich habe mich zumindest bemüht, etwas zu regenerieren. Allerdings, die Bedingungen sind natürlich nicht ideal. Wir wollen uns aber nicht beklagen. Immerhin sind wir noch am Leben. Müssen wir noch sagen, dass es dafür bleibt. Wir sollten bald aufbrechen. Erst dann mal Richtung Firon, ja? Äh, erstmal nicht. Richtig, das war der Plan. Wir wollen immer noch zum Donnerfeld, nicht wahr? Ich dachte ja. Na gut, ich wollte nur mal nachfragen, ob sich inzwischen neue Erkenntnisse ergeben haben. Leider nicht. Ja, hoffentlich gehen wir nicht über die Häuser. Ne, zwischen den Häusern durch, versuchen uns durchzuschlagen und hoffen keine Patrouille zu treffen. Mhm. Und wie der Donnerfeld überwacht wird, müssen wir vor Ort gucken. Das halte ich für eine gute Idee. Wir sollten die Artefakte, die wir abbeutet haben, vielleicht hier im Tempel lassen. Mhm, das ist eine vernünftige Idee, ja. Ja, ganz sicher sollten wir das tun. Ich dachte, ihr hättet sich noch eins abgegeben. Davon war ich jetzt auch ausgegangen? Nun, der Stab, den hab ich doch bei mir, aber ich lass ihn gerne hier. Er ist hier in Sicherheit. Ja, ich denke, wir sollten ihm einfach dem heiligen Ingram Feuer übergeben, oder nicht? Es ist... An solchen Stab auszubrennen ist ein wenig involvierter, dachte ich. Ich bin mir sicher, seine Gnaden wird da den Daumen drauf haben. Der Stab dürfte nicht mehr magisch sein. Wenn sein Träger stirbt, sein Besitzer, erlischt doch die Bindung und es wird gewöhnlich in Holz. Dann spricht ja nichts dagegen, ihn zu vorbereiten. Es spricht nichts dagegen, ihn einfach zu behalten, als Beute, als Erinnerungsstück. Erinnerungsstück? Was für ein grausiges Erinnerungsstück. So etwas wollt ihr euch über den Kamin hängen? Nun, nicht direkt über den Kamin, woanders hin, aber das tut jetzt nicht so. Äh, wir sollten aufbrechen. Wir sammeln Sachen von Paktieren? Beute Stück, so weit kommt's noch. Das wird analysiert und dann weggesperrt oder zerstört. Ich bin mir sicher. Darum können wir uns hinterher Gedanken machen. Genau. Nun, wie ist jetzt die beste Route durch die Stadt? Also nach Süden? Zwischen die Häuser hindurch? Bis zu diesem kleinen Hinterhofenmarkt. Wir sollten den Orania-Berg aber meiden, bis zu vorher kreuzen. Ich hab aber noch einmal nachgedacht, ich denke nicht, dass es eine gute Idee ist, uns über den Dächern zu bewegen, gerade wo alles voller Schützen ist. Also nicht alle so gut sind in der vertikalen und horizontalen Bewegung übersicht, ja, vermute ich. Und das auch. Ich möchte, ich kann auch aktuell nicht gut klettern, nicht mit meinen Armen immer noch in dieser Verfassung. Gut, gut. Wir klettern nicht. Was machen wir dann? Gleichen. Uns ruhig bewegen, nicht rumschreien, hoffentlich entdeckt zu werden, irgendwie zum Donnerfeld durchschwagen, vor Ort Informationen einholen und dann gucken. Vielleicht sollten wir uns vorher eine Strategie überlegen, falls wir auf Patrouillen stoßen, denen wir nicht nun ja ausweichen können. Wir sollten uns aneinander halten. Hä? Wieso sollten wir uns aneinander halten? Das macht doch keinen Sinn. Nicht, nicht im wörtlichen Sinne, Voltag. Achso, achso. Dicht zusammen. Ah. Ich befürchte, dass wir den Patrouillen nicht weglaufen können, zumindest nicht Paktieran des Rastlosen. Hm, stimmt. Wir können sie ausschalten. Wir können allerdings, wie Abel mir sagt, den Paktieran entschwert in ihr Rippenrahmen und den Restlichen davon rennen. Finde ich gut. Nun, ich dachte mir, eine magische Version euers Vorgehens einen Blitz, ich finde, Kantus. Eine revolutionäre Idee, Kollege. So werden wir es tun. Nicht unbedingt revolutionär, aber einfach und effektiv. Denkt daran, dass ich jetzt nicht der schnellste Läufer bin. Gerade deshalb dachte ich mir dran. Zur Not geben wir euch einen Schubs und ihr rollt dann hinterher. Man könnte sehen, wie Zoll dann vom See gerade seine Pfeife so ein bisschen ausklopft und dann wieder zu euch herantritt. Ah, ihr wollt auch aufbrechen. Passt auf, dass die Straßen rutschig sind, wenn das Wasser jetzt nicht mehr so wirklich abläuft. Irgendwas ist in der Kanalisation wohl schiefgegangen, dass ihr das Wasser nicht mehr aufnimmt. Ich tippe, dass hat was mit den Dämonen zu tun, aber ich lehne mich da mal weit aus dem Fenster. Hm. Und hab Dank für diesen Hinweis. Wir werden Sorge tragen, ihn zu beachten. Ich bin zwar selber kein scheiße Schaufler aus dem Süden, aber es wirkt zumindest auf mich so, als würde die Kanalisation unter uns gar nicht mehr existieren. Versichere euch. Damit mögt... Damit mögt ihr nicht Unrecht haben. Sie existiert auf jeden Fall noch. Wenn man das wohl auch nicht mehr Kanalisation nennen sollte. Hm. Wie gesagt, passt drauf auf, dass ihr nicht ausrutscht. Gerade mit eurem goldenen Gewand und dem Kettenhemd. Zwinkert ihr dir zu. Übergehen das. Nun dann. Es ist Zeit. In der Tat. Hat ihr da alles? Ja, Curry Noah. Ich will nichts sagen, aber eure Arme sehen immer noch sehr scheiße aus, wenn ich mal so ehrlich sein darf. Braucht ihr einen Heiltrank? Wenn wir uns jetzt durch die Stadt bewegen und es womöglich zum Kampf kommt, ich verfehle. Ich würde den Heiltrank geben. Wie viele habt ihr noch? Danke. Wenn man diesen abzieht. Einen, wieso? Hm. Sagt Bescheid, was ihr hier braucht. Ich müsste noch... Ach hier, drei haben. Drei wie sechs, plus sechs. Kannst ja selber würfeln. Nun, äh, wir sollten uns noch eine Strategie überlegen, wenn doch etwas schief geht. Ein Punkt, an dem wir uns wieder treffen. So etwas in der Art. Hm. Eine Möglichkeit, Feinde abzuschütteln. Der offensichtlichste ist natürlich hier der Angrasch-Tempel, aber der ist weit weg von unserem Ziel. Wir müssten einen Punkt finden, an dem wahrscheinlich weniger Patrouillen sind. Denkt ihr, am geschändeten Zartempel wären mehr oder weniger los? Befürchte, dass in der Nähe von allen geschändeten Tempeln zumindest sich die Dämonen doch versammeln sollten, oder nicht? Nicht unbedingt Dämonen, aber, äh, zumindest die Tempel wurden ja in den Fokus genommen von den Feinden. Von daher würde ich die Tempel, soweit es mir tut, gerne vermeiden. Das, äh, sehe ich ähnlich. Wir können versuchen, uns weit genug weg vom alten Bohrensanger zu treffen, sodass wir nicht auf die Untoten treffen, und nah genug dran, sodass die anderen Unholde dort sind. Wie wäre es mit dem Brunnen südlich des alten Bohrensangers in diesem Innenhof? Haben wir eigentlich die Karten auf dem Tisch, oder sowas? Der Rott hat da einige zeichnet. Den war, glaub ich, auch relativ gut. Dann würde ich mal auf die Karte zeigen und dann auf diesen Brunnen deuten. Das scheint mir ein passaber Treffpunkt sein. Zumindest der Innenhof. Mhm. Das ist schon das Beste sein, was wir haben. Falls wir weiter von dort weg uns bereits auflösen müssen, steht natürlich der Angraschtempel näher. Ja, ja. Dass ihr diesen Kopf behaltet und nicht versucht, euch alleine bis zu diesem Mond durchzuschlagen. Und Fall ist Fall ist, sendet euer Lichter, der Färten, schon bewegt euch dann vor und dort aus nach Süden. Dann könnten wir euch auch wieder finden. Ich meine, das zieht die ganze Aufmerksamkeit auf uns, bevor da irgendeiner von euch draufgeht. Nein, 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 nein. Im Falle eines Falles habe ich noch eine Idee. Ich habe doch in Zorgarn noch diese zwei Schwadenbeutel hier gekauft. Dann auch für etwas Ablenkung sorgen. Klingt auch gut. Aber ja, ihr seid schon alles wieder am Schwarzen. Vielleicht kommen wir einfach durch. Na ja, Worte und Fex und so. Richtig. Ich bin mir sicher, Fex hält seine Hand über uns. Ja, stellen wir diese These doch zum Test. Gut, so könnt ihr aus dem Tempel heraustreten. Guckt noch einmal nach oben in den schwarzen Himmel, der jetzt gar nicht mehr so nach Hochsommer aussieht. Die warmen Temperaturen der letzten Tage dann wie fortgewaschen. Und könnt dann, ja, euch so ein bisschen anpassen an die Steine und in Richtung Süden aufbrechen, in Richtung Pryos. Ihr könnt an den Häusern vorbei geduckt, huschen, gehen, laufen, seht dann einige Läden, einige Vorbauten, einige Wäscheleien, die dann auch hier hängen, die Wäsche längst staubig, zerrissen. Ob hier irgendjemand noch sich um die Wäsche selbst kümmert, ist eine ganz andere Sache, aber könntest du mir das noch so was wie Zivilisation erkennen, die hier vor einigen Wochen dann geherrscht hat, als dann der Krieg über diese Stadt losbrach. Beziehungsweise nicht über diese Stadt, sondern über das gesamte Land vorbei an weiteren kleinen Hallen, an aufgebrochenen Türen, eingeschmissenen Fenstern oder den zerbrochenen Holzbalustraden immer weiter in Richtung Süden. Bekomme bitte eine Orientierungsprobe. Von einem oder von allen? Von demjenigen, der euch anführt. Ah, Orientierung, okay. Dann mache ich's, ich kann 8 anbieten. Nein, 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 hier werden keine Werte genannt. Ab sofort, ab sofort, ab sofort eine, und ihr würfelt jetzt auch in die Box. Nur zu voll. Wer würde uns denn anführen? Ich nehme Mandaro führt uns an, weil er den besten Schleichenwert hat. Nein, das ist wahr, dann machen wir's. Oh, das wird nix. Kann die, kann die an? Ist ja noch nicht. Ich glaube ich hab die daneben geschmissen, ich mach's nochmal. Ah, jetzt sind die Würfel weg, jetzt sollte es angekommen sein. Mhm, ganz ausgezeichnet. Jippi, hast du auch nicht, den du verbrennen oder ausgeben könntest? Ja, und so lauft ihr. Und lauft. Und haltet euch so ein bisschen an euren Anführer. Wie lange möchtest du denn gehen? Gehen wir mal wieder so einen kleinen Blick auf die Karte. Bis ich auf, bis ich auf die, wichtig. Und dann bis ich auf eine, die pflasterte Straße treffe, das müsste der Zavik sein. Wenn wir da schon nicht ankommen, haben wir ein Problem. Mhm. Und dann versuchst du das ein bisschen aufschauen, nach den ganzen Straßenstillern zu halten, die für dich dann doch relativ neu sind. In anderen Städten von Aventurien gibt es das nicht. Aber hier hat man dann Gott sei Dank doch an so etwas gedacht. Hat sich bisher im restlichen Reich noch nicht durchgesetzt. Wenn du dann auch eine Straße mal triffst, ist das überhaupt eine Straße? War das mal ein Weg oder ist das nur noch Schlamm? Du schaust doch noch so was wie Zarweg oder Mehltauer Straße. Entweder sind sie abgerissen oder so sehr verschmutzt oder irgendjemand hat das ungastlich gemacht. So, dass du dann einfach weiter in Richtung Süden gehst. Und irgendwann schleicht ihr auch an einer der Straßen vorbei. Pascht euch dann an so einem, ja, ziemlich schmalen Häusergasse vorbei. Und betretet dann auch so einen kleinen Anstieg. Also so ein kleiner Berg, der dann nach und nach dann vor euch aufragt. Und nicht wirklich serpentinenartig, aber schon in geschlängelten Pfaden euch dann nach oben führt. Gleifbund! Warum rennen wir den Berg nach oben? Nicht mehr so dicht aneinander, dass dann die Tarnung und das Abtarn euch wesentlich schwächer fällt. Renn den Berg nicht nach oben, der fängt doch hier erst an. Wo sind wir? Am Araniaberg, seht ihr doch wohl! Ähm, mich auch an. Aber warum? Ich dachte wir wollten nicht zum Araniaberg. Dann haben wir wahrscheinlich irgendwo eine falsche Abzweigung genommen. Oder sind zu weit gelaufen, ist ja egal. Umorientieren, weiter geht's. Ja, wir müssen vom Araniaberg jetzt irgendwo da nicht nach Süden. Dann müsste das hier hinter uns doch die Milthausstraße sein, oder? Tut Straßenschilder. Da liegt eins, aber das ist kaputt. Ich mein da an Gebäuden. So, da hinten seh ich irgend so ein Tor. Da gab's auch ein Tor auf dieser Milthausstraße, oder? Na, ich geh zum Hafen raus, denk ich. Gut, dann halten wir uns hier in den Häusern und gehen jetzt in die andere Richtung. Weil da wo das Tor nicht ist. Warum sind Menschenstädte nur so umständlich gebaut? Als sie überall drisch gebaut sind. Ja, sagte ich ja umständlich. Euch auf der Straße könnte ich jetzt leichte Trippelschritte hören. Irgendjemand nähert sich da sehr, sehr schnell. Kommt was. Hier irgendwo etwas zu verstecken. Ähm, also Häuser, die dicht an dich stehen. Vielleicht kannst du dich dann auch neben einer dieser Wäscheleien stellen, oder du springst dann durch ein kleines Fenster nach drinnen, oder trittst dann durch eine Tür nach drinnen. Aber aktuell steht hier auf einer großen, breiten Straße, die ungefähr vier Meter breit ist. Ja, das macht ihr da rausgetreten? Sind wir dumm? Das ist allerdings eine berechtigte Frage. Du hast geführt, irgendwie seid ihr dann an den Straßen vorbei durch, und irgendwann wart ihr... Also du sagtest wohl, das ist der Anja. Du hast keine Ahnung, wo du bist. Zurück in die Gasse. Wo hast du ja gerade gekommen sind. Ja. Lässt das mal an. Ja, die Trippelschritte werden lauter, hallen wohl aus dem Limbus oder so etwas nahe, und dann verheilen sie vor euch. Ist alles still. Als ob es aufgehörte sich zu bewegen. Wurfelt mal eine sich verstecken Probe. Ja, das können wir doch. Kann ich überhaupt nicht. Ja. Aber hast du es nicht gesteigert? Ja, das Problem ist bei solchen Proben, dass es nicht darauf ankommt, wie gut du bist, sondern wie gut alle anderen sind. Naja, wenn sie mich nicht sehen, werden alle anderen zuerst gefressen. Also so ein kleiner Vorteil besteht schon. Ja, Chiarras bleibt so mit seinen Verbänden links und rechts so ein bisschen hängen. Du hast zwar den Heiltrank von Rafim getrunken, aber dann nicht wirklich daran gedacht, die ganzen Verbände auch so abzumachen, dass sie dich dann nicht behindern, sodass du dann von deinem Versteck so eine Spur aus Verwänden dann zu den Händen ziehst. Du bist da wohl irgendwie an einem abgebrochenen, abgerissenen Nagel festgehangen und die Spur führt halt direkt jetzt in die Gasse beziehungsweise das Gebüschschittert, dass es euch gepirscht hat. Scheiße. Ja, ich hab still und lauscht, ob der Schritt dann herkommt. Bemerken wir anderen, dass zwei nicht richtig versteckt sind? Können wir da noch irgendwie nachhelfen oder so? Also ihr bemerkt das auf alle Fälle, aber die Schritte haben auf alle Fälle schon aufgehört. Kann man von hier aus nach links oder rechts ausweichen? Bestimmt. Also parallel zur Straße? Parallel zur Straße über die Häuser oder durch die Häuser. Ja. Okay. Ich signalisiere zu Raphim mal Halt und entferne mich einige Schritt zu. Gibt's hier eine Tür? Ein Fenster? Das nächste beste Haus? Stimmt, ja. Dann möchte ich einige Schritte dorthin bewegen und da mal heranwinsen, schauen ob die offen ist. Aufgebrochen. Dann winke ich den anderen nahe, den Magiern zuerst und dann Raphim. Ja, ich würde mich schleichen, tief, fast tiefste Gangart in Richtung, Jangen bewegen in dieses aufgebrochene Portaltür und durch ins Haus. Ja, ich würde auch dieser Aufforderung vorgeleisten. Ich auch. Ich würde Carino signalisieren, geh vor. Wer ist der Letzte? Ich zuletzt. Ich. Du bist der Letzte? Ja. Dann kannst du, während du dich noch durch das Fenster durchschiebst, kannst du eine kleine Kreatur erkennen. Du dachtest zuerst, dass es ein Kind ist, dann siehst du allerdings, dass wohl die Augen leicht verrutscht sind und verlaufen, dass der Mund wohl auch sehr zahnbewehrt ist, der Kiefer wohl auch rausgebrochen oder zerbrochen. Irgendjemand hat ihm da wohl eine Axt ins Gesicht geschlagen, sodass der dann ja aufgespalten ist. Ein verzerrtes Maskengesicht, fast als ob es aus Wachs bestünde. Und du bist komplett irritiert, als du dich dann durchschliebst und vielleicht auch noch so ein bisschen fasziniert, entrückt, als du dann auch die Fensterläden dann schließt, einfach nur um diesen widerlich starrenden Blick von dieser Kreatur dann loszunehmen. Du guckst ihm auch so ein bisschen in diese verrutschten, verzerrten Augen und du siehst zwar sowas wie eine Pupille oder wie ein Augenlid, aber das liegt tief und weit dahinter. Die anderen können sich gerade in dem kleinen Gebäude umsehen und ihr steht dann in einem schmalen Flur ohne ein erkennbares Ende oder Türen an den Seiten. Seid ihr gerade reingeklettert? Vor euch könnt ihr eine feuchte Blutspur entdecken, die hier wohl beginnt, direkt an diesem Fenster von euch ausgeht, von euren Schritten gezogen wird, die nach links verlaufen und dann in einem zehn Schritt entfernten Loch im Boden enden. Und was euch komplett irritiert ist, das Blut riecht nach Rosen. Geißse. Lass dein Tier verschwinden. Also ich mach das alte Battag. Filme Abelmir zu. Auf jeden Fall mal eine Mutprobe. Das hab ich befürchtet. Schluckst diesen widerlichen Aschegeschmack aus deinem Mund runter und schüttelt sich wieder so ein bisschen, dass du dann wieder zurück in die richtigen Dimensionen dann gleitest. Was auch immer da gerade passiert ist. Hinten Dämon. Keine Ahnung was. Augen zu und durch. Ja, wie gesagt, ein schmaler Flur. Ein schmaler Flur. Links von euch liegt dieses Loch im Boden und nach rechts da geht es wohl unendlich lang weiter. Zumindest könnt ihr keine weiteren Türen oder Fenster erkennen. Und da wir auch nicht zurück können und auch nicht in die Grube wollen, geht es wohl in den unendlich langen Flur. Echt? Nur zur Sicherheit. Geradeaus ist keine Option, ja? Nein. Okay. Drehst du dich auch wieder zurück zu Rafim? Wo ist das Fenster, durch das ihr gerade reingeklettert seid? Scheiße. Ich möchte mal dahin fassen, wo die Wand war unter das Fenster. Ja. Du fasst an die Wand und merkst wohl, dass es so ein bisschen leicht rau ist, als ob die Wand abbröckelt. Du guckst an deine Finger und siehst wohl, wie so grauer Limbus Nebel oder Staub dann von deinen Fingern gleitet. Du riechst jetzt auch diesen modrigen Verfall, der in der Luft riecht. Das ist eine brodelnde Masse aus Dreck und Gift, die sich dann aus deinen Händen dann lang schält und wegbröckelt. Hinter dir kannst du sehen, also die Wand, die da jetzt leicht runtergebröckelt ist, seid ihr wieder irgendwie in der Kanalisation? Nein, das ist anders. Ich signalisiere mal zu Isarun auf Atak. Verdammt. Laufende Hütte. Jolgomak. Ich signalisiere zurück, seid ihr sicher? Nein. Auf ihm, du betrachtest noch einmal die Stelle, wo du die Wand betastet hast. Du kannst jetzt durch diesen Nebelfetzen, kannst du jetzt tatsächlich noch sowas wie eine reflektierende Oberfläche erkennen. Du dachtest zumindest, dass auf der anderen Seite noch jemand steht und dich beobachtet, aber das bist du selbst und du siehst, wie dein Gesicht ausgemergelt ist und von Pusteln bedeckt ist. Dein Auge ebenso verlaufen ist, verrutscht ist. Nicht in die Wand gucken. Ich drehe mich davon weg und stelle mich mal neben Karinor. Würde mal auf Tullamidia. Sprichst du die Rabensprache, Karinor? Die spreche ich nicht mal. Sprichst du Mohisch? Ja. Würde ich auf Mohisch sagen, bleib bei mir. Das ist saugefährlich hier. Gut. Das dachte ich mir schon. Wir sollten diese Stadt wirklich einfach niederbrennen. Zustimmung. Wir sollten hier schnell verschwinden. Ja, aber wohin? Das ist eben das Problem. Zurück können wir nicht. Also vorwärts. Los jetzt. Ja, wieder nimmt Yalan die Führung in die Hand, lässt sich dann von dem Licht leiden, vertraut dann auf seinen inneren Okurian. Und dann nach einem endlos langen Weg. Ihr könnt immer noch sehen, wie das Holz neben euch modert, die Steinwände, die Brücken, was auch immer. Es ist Fenster, könnt ihr nicht erkennen, keine Türen, einfach nur eine lange, lange Kammer, ein langer Gang. Und dann öffnet sich das Ganze und ihr steht in so etwas wie einem Tempel. Ist das ein Boron-Tempel? Zumindest könnt ihr sehen, wie es diese typischen Sarkophage an diesen Wandaussparungen gibt. Eine Kammer vor der Käfige, die hier herunterhängt. Einige, die meisten davon sind leer. Anderen könnt ihr dann Katzen oder Hunde erkennen, die hier eingesperrt sind. In einem könnt ihr noch einen alten, kleinen, nackten Mann erkennen, der euch anlächelt und winkt. Vielleicht doch wieder zurück. Und in das Loch. Gehen wir es um. Ich drehe mich mal um. Ist der Gang noch zu sehen? Du siehst auf alle Fälle, wie du aus einem Gang gekommen bist. Ungefähr zehn Meter hinter dir kannst du dann eine Tür erkennen. Und der auch so ein typisches Symbol, so ein Boronsrad zu erkennen ist. Und da geht es wohl zu Sakristai, würdest du meinen. Zehn Meter hinter euch. Achso, der Gang ist verschwunden, aus dem wir gekommen sind, oder? Na ja, also du siehst jetzt, wie sich jetzt nach und nach alle rausschieben. Chiara, Srafim ist der letzte. Und wie auch immer jetzt, also der lange Gang existiert nicht mehr. Du siehst dann, wie nach zehn Metern dort diese Sakristai anfängt. Die sollten hier ganz schnell verschwinden. Nein, wirklich. Wie, Abelmiah? Ihr seid der Magier, bringt uns hier raus. Wie sieht dann dieses kleine Männchen aus? Aus wie ein Grollen, oder? Nee, es ist ein alter Mann, ziemlich nackt. Du siehst dann auch, wie er so versucht, so ein bisschen mit seiner Hand dann sein Gemächt zu bedecken. Sitzt da auch abgemagelt. Gut, jetzt, wie gesagt, er lächelt und scheint da zahnlos euch dann zuzuwinken. Sagt aber nichts. Ist da wohl in aller Stille dann und ehrt diesen Ort. Immerhin ist es ein Borontempel? Du kannst dich so ein bisschen orientieren und siehst dann links neben dir eine Treppe, die nach oben führt. Vielleicht steht ihr wohl gerade in den Kavernen, in den Katakomben. Ich lasse mich nicht täuschen. Ich gehe den Weg zurück, wie ich gekommen bin und taste vorwärts mit der Hand die Wände ab. Ob ich merke, ob ich auf Widerstand treffe oder nicht. Fühlt sich sehr kalt an. Sehr glatt. Du kannst ja gerne mal Baukunst würfeln. Gerne. Ist nicht sonderlich schwierig, aber du würdest meinen, das ist das typische Gestein, was es dann hier in der Umgebung von Rommelis gibt. Jetzt hier die Trollzacken sind natürlich ein sehr dunkles Gestein, aber das kann man abschleifen und dann eben auch dazu benutzen, schwarze Mauern eines Borontempels zu simulieren. Habe ich das Gefühl, dass wir uns aufgrund des Steins unterirdisch befinden? Oder denke ich, dass wir uns in einem überirdischen Tempel befinden? Nee, du gehst relativ fest davon aus, dass das unterirdisch liegt, ja. Ich glaube, wir befinden uns in einer großen Illusion. Wir haben diese Ebene nicht verlassen, trotzdem anscheinend unterirdisch. Oder wir wollten den Limbus schicken. Ja, habt ihr dieses Wabern vorhin bemerkt? Das war schon sehr typisch. Verdammt. Die Tür, die sich direkt vor mir darstellt, also den Weg zurück, probiere ich mal zu gehen. Da war da eine Tür, hast du gesagt, oder? Du möchtest jetzt zurück in den Gang gehen, aus dem du gekommen bist? Genau, die Tür, die vorhin nicht da war. Ja, du stehst, öffnest die Tür, ist wohl so ein bisschen schwierig, aber kannst sie dann aufschieben und siehst dann, wie vor dir so ein Altar ist, aus grauem Stein, auch sehr glatt, mit einigen Boronsrädern darin und siehst dann verschiedene Regale mit alchemistischen Rezepturen, die wohl dazu dienen, dann hier Leichen zu konservieren.